Nach langer Zeit habe ich mich für Magenverkleinerung entschieden. Mit dem Team von Dr. Obesity haben wir alles organisiert, von Deutschland schon. Dann sind wir hier ins Krankenhaus gekommen. Gestern habe ich meine OP gehabt und es ist alles gut gelaufen. Heute ist auf jeden Fall viel besser als gestern und morgen werde ich wieder entlassen und wieder nach Hause gehen. Die OP kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist alles gut gelaufen. Es wurde auch alles vorher kontrolliert, bevor man zum OP geht, als Blutwerte, Lungenkontrolle, alles. Ich bin damit sehr sehr zufrieden.